Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Petel und ja, heute um 14 Uhr hätte ich eigentlich ein Gameplay gebracht, aber heute mal ein Vlog, denn unser Interface ist kaputt, also eher das von Simon und deswegen hat er meins genommen, das ist von Fast Track und weil er ein neues Mikro hat. So, das Problem ist aber jetzt, er muss jetzt eben was aufnehmen, weil er gleich ein Arzt-Seminat und da habe ich gesagt, okay, nimm das und seins funktioniert leider bei mir auch nicht. Ich sitze gerade neben Tyson, der macht gerade Haya. Wer macht gerade Haya? Du, ne, ja. Tyson ist ein Bravo-Hondi. Da ist nur weiße, wir haben ja schon 14 Uhr und schon 13 Uhr. Und so, man sind immer noch Haya? Oh, ja, also ich kann euch das Interface mal zeigen und vielleicht wisst ihr, wo das Problem liegt. Also das ist jetzt das Interface und der PC erkennt das einfach nicht, obwohl, wenn ich hier aufs Mikro drauf mache, seht ihr da vorne das Licht, dann sagt er immer, okay, rot ist dann übersteuert und sowas, aber der kennt das einfach nicht. Ich weiß einfach nicht, woran es liegen kann. Ja, wenn ihr in den Kommentaren irgendeine Idee habt, was das Problem sein könnte, dann postet es doch mal einfach unten in die Kommentare und ich gehe jetzt mal rüber zu Palle, denn er hat für mich schmackotastische Eier gemacht. Kann man auch falsch verstehen, aber wir waren gerade im Sport und dann hat er gesagt, komm, hau mal uns ein paar Eier rein. Ich gehe jetzt mal rüber. Bis gleich dann. Wo sind meine Eier? Wo sind die Eier? Unser Interface ist kaputt, jetzt kann ich kein Gameplay machen. Ja, ernsthaft? Ja. Hab ich den ja mal gemacht. Simon, und jetzt hat er meins, weil er zum Zahnarzt muss und ich kann nichts aufnehmen. Das ist ein Vlog. Sag mal hallo. Ich hab der aber geile MC Hammer Pants an. Die laufen genauso rum wie ein Schloss. So, aber jetzt gönnen wir uns erstmal die leckeren Eier, die Palle hier gemacht hat. Oh, yeah. So, nach dem leckeren Eier bei Palle brauche ich jetzt noch so ein bisschen Kuschel anhalten mit meinem Hundi. Hundi, Hundi, wau, wau. Was ist denn? Wir haben doch schon über 13 Uhr, schon vorbei. Jetzt musst du aber langsam mal aufstehen, du dicker Welli. Komm. Komm schon. Komm schon. Hundi, Hundi, steh auf. Steh auf. Oh. Oh. Steh doch mal auf jetzt. Steh doch mal auf jetzt. Steh doch mal auf. Steh doch mal auf. Ach, dieser Hund. Ich liebe ihn so. Er ist der beste Hund, der beste Hund, oder? Bist du der beste Hund? Ja, er ist der beste Hund. Ja, Leute. Ich hoffe, dass wir das noch hinkriegen heute. Und das mit dem Interface klappt. Vielleicht habt ihr einen guten Tipp. Und da ist in Ruhe. Und um, ähm, ja, ich wollte heute streamen. Also das heißt, das hoffentlich kommt dann heute um 16 Uhr, ähm, um 19 Uhr noch ein Gameplay. Und natürlich der Stream. Also wenn alles klappt, dann auf jeden Fall. Wenn nicht, dann fällt das heute ins Wasser. Aber ich halte euch da noch auf dem Laufenden. Und, äh, ja, das war's von einem kleinen Ersatz-Vlog. Und, äh, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns ja später. Jetzt willst du spielen, ne? Jetzt, jetzt hab ich auch keine Lust mehr. So, Leute. Das war's. Haut rein. Bis dann. Ciao.